Einen wunderschönen guten Morgen zum Trading-Tipp. Die Tech-Aktien-Rallye geht weiter, aber auch bei den Value-Aktien gibt es Unternehmen, die man sich auf die Watchlist oder auf die Kaufliste setzen sollte. Und unser Basiswert heute ist Coca-Cola und Sie werden auch gleich sehen, warum. Wir waren quasi seit April hier in dem Bereich zwischen 50 und 43 Dollar seitwärts gelaufen und jetzt gestern folgte der dynamische Ausbruch mit 4,2 Prozent aus dieser Seitwärtsbewegung gleichzeitig die 200-Tage-Linie überwunden. Und dieses massive Kaufsignal sollte man jetzt nutzen in unseren Augen, weil wir jetzt durchaus die Chance sehen, zunächst mal hier dieses Gap zu schließen. Das liegt im Bereich von 51,80. Also das ist ja nur noch ein Katzensprung. Dann eben weiter hier in den Bereich von 55 Dollar. Und wenn man diese Range hier da ansetzt, dann kommen wir hier so in den Bereich 57 Dollar. Das ist das Kursziel auf Sicht der nächsten Wochen und Monate. Und entsprechend haben wir ein Faktorzertifikat unseres Partners Morgan Stanley ausgesucht mit einem etwas dynamischeren Faktor und zwar von 4. Der Schein kostet 3,48 Euro. Geht das Szenario auf, kann man hier zwischen 4,50 und 4,80 durchaus rechnen, eben auf Sicht der nächsten Wochen. Den Stoppkurs etwas weiter wählen, wobei wenn wir wieder in diese Range zurückgehen, dann sollte man auch den Schein wieder verkaufen. 2,80, 2,90 hier würde ich den Stoppkurs platzieren. Ja, viel Erfolg damit und bis morgen. Tschüss. Musik 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 Musik